Musik Musik Ich kann jedem diesen Online-Kongress nur empfehlen, denn es ist eine ganz neue Perspektive auf so ein wichtiges Wissen und vor allem auch die Zeit, die uns erwartet. Ich freue mich selbst hier als Interviewgast dabei sein zu dürfen und würde dich bitten, diesen Kongress auch mit ganz vielen Menschen zu teilen, weil dieses neue Bewusstsein ist so unheimlich wichtig für uns. Musik